Flüsterentspannung Community on Tour Hallo meine Lieben, ich bin es Sophia und heute gehen wir zu einer ganz, 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 ganz entspannenden Massage. Hier am Fuße einer riesigen Tüne. Erst einmal erklimmen wir diese und haben von hier einen wundervollen Blick. Es ist ganz schön, ganz schön stürmisch. Und so schauen wir in die Ferne und sehen all die anderen Riesentönen irgendwo weit weg. Und dann geht es auch schon los. Am Fuße dieser Riesentöne bekommst du eine ganz, 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 ganz entspannende Massage. Und dafür nehme ich erst einmal die Haare beiseite. Und stecke die fest nach oben. Massiere den Hals, indem ich erst einmal den ganzen, 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 ganzen Sand entferne. Das kommt einfach durch die Sonnencreme, die überall verteilt ist. Und ich streiche diese weg, nehme dabei den ganzen Sand mit. Und auch hier ist es so, so stürmisch. Und ich nehme den Sand weg mit meinen Händen. Entlang in ausstreichenden Bewegungen. Das alleine ist schon so, so entspannend. Und diese Färmung und Hitze ist einfach wunderbar. Der ganze, ganze Körper wird durchwärmt. Und was gibt es Schöneres, als eine Massage nach einem anstrengenden Füstenaufstieg zu einer ungefähr 200 Meter hohen Düne? Hier in Namibia, in Sosaflai, gibt es mit die höchsten Dünen der Welt. Und nun kommt sie wieder drauf, die Sonnencreme, um damit dann den Rücken zu massieren. Und so verteile ich sie über das Klingenschulterblatt. Verreibe die Creme überall. Massiere die Muskeln. Und gebe eine richtig schöne, entspannende Rückmassage. Das tut so gut. Ich gehe richtig mit dem Daumen in die Haut rein, unter die Muskeln, massiere diese aus. Und diese ist schon ganz schön braun gebrannt. Von der vielen, vielen Sonne. Überall schön knusprig braun. Und du legst jetzt deinen linken Arm über die Schulter, legst die Hand auf deine rechte Schulter. Und ich massiere währenddessen die Muskulatur entlang des Schulterblatts aus. Es tut leicht weh, aber es ist ein Wohltuner Schmerz. Denn danach weiß man, dass man dort entspannt ist. Und Verspannungen sich gelöst haben. Und ich gehe richtig mit Druck vor, um so richtig schön die Muskulatur auszumassieren und zu entspannen. In dieser wundervollen Umgebung am Fuße dieser Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Düne. Wo du es dir auf einem Baumstamm gemütlich gemacht hast. S proceso-Fly. Die Gegend der Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Riesen-Renen. Und gerade hier auch in der Mitte des Rückens. Es sind sehr viele Verspannungen da, die kann man dösen. Ich bin natürlich kein Profi, wie ich schon immer gesagt habe, aber denke doch, ein gutes Gefühl zu haben. Wie man diese lockern kann. Ein Gefühl für Entspannung. Das fühlt sich einfach so wunderbar an. So lockernd und lösend. Man sieht nun auch, dass die Haut etwas rot geworden ist. Das ist okay. Solange es kein Sonnenbrand ist, sondern von der Massage kommt, ist alles gut. Aber dennoch spraye ich ein bisschen Sonnencreme drauf und verteile die nochmal. Und ich gehe über die Sonnencreme auf der rechten Schulter mit meiner Hand. Gehe dabei in langen, ausstreichenden, runden Bewegungen vor. Massiere die Schulter für ein gerades Sitzen. Massiere das Schulterblatt der rechten Schulter. Und die Differenz zwischen der weißen und dunklen Haut wird jetzt nochmal sehr, sehr deutlich. Und das ist natürlich. Whitey Masseert Brownie in der Füste. Und das jetzt. Mit dem Daumen. Mit dem ich wirklich wieder, wie auf der linken Seite, mit viel Druck arbeite. Und so die Muskulatur richtig schön ausmassiere. Und so gehe ich auf der ganzen Schulter vor und entlang. Nehme den Daumen dabei zur Hilfe. Doch gerade ist in der Mitte des Rückens. Legen Verspannungen vor. Gar nicht mal rechts oder ganz links. Und diese gilt es zu lockern. Immer schöne kreisende Bewegungen. Mit etwas Druck. Viel Lockerung. Und das ist so wunderbar und spannend. Du musst überhaupt nichts machen, außer dort zu sitzen und dich massieren zu lassen. Jetzt gehe ich mit den Daumen hoch den Hals entlang. Und du hast von Spannung schon mal rüber geklappt. Und du hast von Spannung schon mal rüber geklappt. Und du genießt einfach nur. Du fühlst den Wind, der durch deine Haare fährt. Und jetzt massiere ich mit beiden Armen und Händen Muskulatur. Muskulatur. Du genießt jede Bewegung. Die Bewegung. Ja, ich finde die Punkte, die es zu lockern gilt. Ich finde sie. Ich finde sie alle. Und wenn, dann massiere ich diese aus. Und das ist wunder, 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 wunderbar. Wohltuend. Und entspannend. Und entspannend. Weiter geht's. Wie kriegt man es hin, dort so, so verspannt zu sein? Vielleicht, wenn man auf einer Jesumatte im Zelt schläft. Und nachts Angst hat, dass Tiere einen besuchen. Außer, wenn man wie ich mit Europak schläft, dann kriegt man das gar nicht mit. Und mit meiner flachen Hand. Und mit meiner flachen Hand. Massiere ich weiter. Rechte und linke Schulter. Und nun kommt wieder das Bild zum Einsatz. Um einfach hier auch wieder vor Sonnenbrand geschützt zu sein, verteile ich den Spray noch einmal. Ganz sanft über die Haut. Und es fühlt sich so gut an. So, 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 so gut. Und damit, meine Lieben, wünsche ich euch eine wunderbare, gute Nacht. Schlaf schon. Und wenn euch das einfach wieder eckere Zelt schläftig ist. Ich sage euch das nicht nur schläftig ist. Untertitelung des ZDF, 2020